Das habe ich befürchtet. Kann ich jetzt lachen ein bisschen, da muss ich auch ein bisschen lachen. Und dann auch Bild ab. Dann kannst du einen Schritt nach vorne gehen, oder? Selbstverständlich. So ist es gut. Ein bisschen schlicht. Knopfsaum drüber. Passt so? So? Ja, ja, so. Das ist das Wandelschild. Wenn ich mich noch weiter runterknie, dann ist es überhaupt nichts. Schau auf mich. Ich würde da gerne seriös reinschauen, wenn es geht nicht. Seriös? Ja. Also jetzt schaue ich wieder und drehe mich so rüber. Ja, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ja, ich glaube. Vielen Dank. Lasst mich schauen.